moin leute was geht hier ist wieder geist wie ihr sicherlich mit pokémon gibt es jetzt diese neue herausforderung skies abenteuer heute in diesem video geht es genau darum um eine herausforderung und zwar die indem ihr fünf lagerfeuer besuchen ist leute das werde ich euch jetzt alle zeigen und ich blende euch noch mal alle locations auf der minimap ein ja falls euch das video gefällt leute lasst ein like da vergesst nicht zu abonnieren und use my creator code guys vielen dank für euren support und bis zum nächsten mal ciao so so Das war's für heute. Das war's für heute.